Und dann bin ich wieder und schauen wir mal, was heute los ist im Klo und in der Raucherstube und im Zug. Hier hat sich nichts verändert. Ja. Ich kann mir immer noch nicht die Hände waschen, also das Hände waschen sollten die gerade in diesen Zeiten. Ich habe kein Spiegelbild. Das ist seltsam und am Spiegel sieht man ein Klo, aber hier stehen Eimer und so. Jetzt weiß ich nicht, ob das gruselig sein soll oder ob das nur was ist, was die übersehen haben beim Programmieren. Dann können wir wieder einen anderen Automaten. Und nochmal eine Zigarette rauchen. Das Licht repariert. Das Licht ist ganz kaputt. Das Licht. 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 jetzt passiert. She's not here tonight. Vampire im Zug. Vampirgeister. Das ist nicht da, wo ich immer sitze, sonst. Da kann ich mich woanders hinsetzen. Ja, Fragezeichen, okay. Okay, okay. Okay, what's going on? A blackout. There's something wrong with this train. What time is it? 2 a.m.? It's way past the usual arrival time. I have to talk to the conductor. Again. Let's go. Geist train hinter mir ist hier jemand, aber ich ignoriere das einfach laufe ich die ganze zeit in die falsche richtung hier müsste der Zugführer ja hinten im Zug sitzen, das macht nicht so viel Sinn, oder? gehen wir einfach mal, vielleicht geht die Tür ja auf das Papier-Ding wieder, ok oder hab ich Geburtstag vielleicht? wollen die mir zum Geburtstag eine Überraschungsparty machen beim Zug hier? ist das erlaubt aus Verkehrsgründen? ok, da kann ich noch nicht mal was betätigen hier ist jemand hallo? what's wrong? what's wrong? can't you see the train is acting weird? i tried to conduct a room but door is locked how can you stay? oh come! what do you hear? i can help you only when you hear the voices of the nature nature? natural, natural world even in the midst of crisis so please tell me in order in which you hear them what do you hear? temper, 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 temper Oh, no. The other word tells me that you are not hearing them right. Let's try again. Let's try again. Okay. Am besten war wahrscheinlich für euch in jedem Abteil was anderes, das ergibt Sinn. Okay. Seaside. Person, woman, man, camera TV. Seaside. Seaside. Zikadas. Forest. Foxfest. Okay. Das sind die Zikaden. Seaside. Temple. Forest. Fest. Zikaden. Who is it denn jetzt? If you get it in order, you get extra points. Okay. Okay. The other world says you indeed hear the voices of the natural world. The other world has allowed me to call the helper. It should be here any second. When you talk to the helper, the train should come to a halt. It should be here. Okay. It should be here. It should be here. Let's see. Enjoy summer. Muss ich den Helper jetzt suchen oder findet er mich? Also diese Leute von der Bahn überlegen sich doch jeden Tag was anderes. Oh, da sitzt jemand. Ist das der Helper? Oh, da sitzt jemand. Ist das der Helper? Are you the help? Ich sitze zu lange still. Okay. Are you the helper? What are you talking about? Who are you? Wait a second. I know you. You were one of the troublemakers at my high school. Ah, you don't change. Mr. Shimizu. No nostalgic. He's the man who saved me from dropping out. Without him, I wouldn't be in such a position in my company today. But Mr. Shimizu, why are you out this late? Well, it's a hobby of mine to get on the last train ride before going to bed. It never changes. However, now is not the time for a reunion. Sir, this train isn't stopping for hours. I'm afraid this train will never come to a stop. Is there anything I can do? Is there anything I can do? Ah, I understand. Okay, listen carefully, kid. You must get off the train. You must get off the train before the train reaches the end. My destination is at the end and trust me, you don't want to go there. There are three stops where you can get off at. However, you must choose the right one. There will be an announcement melody played on every stop. When you hear the same sound as you heard on the home station. Get off. Otherwise, I won't be able to help you later. So be careful, young one. I don't see any melody. I don't know. I don't know. What's wrong here? I don't know. I don't know, but I don't know. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Das soll ja der letzte Halt sein. Okay, ich habe ein Skifahrt gekriegt, weil ich mich scheinbar an den Sound erinnert habe. Interessant. Okay, nächste Woche. Okay, dann würde ich mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt eine Glocke und Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann geht es beim nächsten Mal weiter. Auf Wiedersehen.